Dieses Video zeigt einige praktische Beispiele für berechnete Eigenschaften. Das erste Beispiel ist die Definition einer Konstanten. Diese Konstante wird der goldene Schnitt sein, der seit der Antike verwendet wird. Sein Datentyp ist Zahl und steht für alle Klassifizierungswerte zur Verfügung. Die Formel des goldenen Schnitts besteht darin, 1 zur Quadratwurzel aus 5 zu addieren und das Ergebnis durch 2 zu dividieren. Zur Berechnung der Quadratwurzel verwenden wir die Funktion sqrt. Die Summe aus 1 plus der Quadratwurzel aus 5 muss in Klammern gesetzt werden, damit sie zuerst addiert und dann durch 2 geteilt wird. Diese Eigenschaft, goldener Schnitt, kann dann später in anderen Eigenschaften verwendet werden. Das zweite Beispiel berechnet den Beleuchtungsfaktor von Raumflächen, das Verhältnis zwischen den Glasflächen, der Fenster eines Raumes und der Raumfläche. Der Datentyp der Eigenschaft ist Zahlen und steht für Elemente zur Verfügung, die als Räume klassifiziert sind. Dazu nehmen wir die Gesamtfläche der Fenster des Raums, multiplizieren sie mit einem Fensterverglasungsverhältnis, das berücksichtigt, wie viel der Fensterfläche tatsächlich Glas ist und teilen das Ergebnis durch die Raumfläche. Das Fensterverglasungsverhältnis ist eine weitere Eigenschaft, die das Verhältnis als konstante Zahl speichert. Es ist derzeit auf einen Wert von 0,85 eingestellt und kann bei veränderten Bedingungen problemlos geändert werden. Die Berechnung ist wie folgt. Die Eigenschaft Fensteroberflächenbereich, die für Räume verfügbar ist, multipliziert mit dem Fensterverglasungsverhältnis und dann geteilt durch die berechnete Fläche des Raums. Die Klammern sind in diesem Fall optional, da der Ausdruck mit und ohne Klammern das gleiche Ergebnis liefert. Das dritte Beispiel ist ein Tür-Info-Etikett, das Informationen über die Element-ID, Ursprungsgeschossnummer und die Öffnungsrichtung der Tür anzeigt. Es wird in einem Autotext-Etikett der Türen verwendet. Der Datentyp der Eigenschaft ist Zeichenfolge und steht für Elemente zur Verfügung, die als Türen klassifiziert sind. Zum Verknüpfen dieser Werte verwenden wir die CONCAT-Funktion. Die einzubeziehenden Werte müssen durch Kommas bzw. Semikolons je nach Betriebssystem und Sprache getrennt werden. Sie sehen aber immer in der Hilfe, was Sie hier verwenden müssen. Die Zeichenfolge besteht aus der Element-ID, einem Schrägstrich-Zeichen, der Ursprungsgeschossnummer, die einen numerischen Wert zurückgibt, der in einen String umgewandelt werden muss. Und hierfür verwenden wir die STR-Funktion, einem weiteren Schrägstrich und schließlich der Öffnungsrichtung. Wenn wir nun die Eigenschaft in einem Autotext-Etikett verwenden, können wir sehen, dass sie den korrekten Wert der Eigenschaft im richtigen Format für jede Tür zurückgibt. Das vierte Beispiel ist eine Eigenschaft, deren Wert wahr ist, wenn eine Wand keine Türen, Fenster oder andere Öffnungen enthält. Der Datentyp der Eigenschaft ist wahr-falsch und steht für Elemente zur Verfügung, die als Wände klassifiziert sind. Dazu verwenden wir die Funktion IF. Drei Bedingungen müssen erfüllt sein, damit die Funktion IF den Wert wahr zurückgibt. Wir werden den UND-Operator verwenden, um auf jede dieser drei Bedingungen zu testen. Die drei Bedingungen sind die Anzahl der Türen in der Wand muss 0 sein, die Anzahl der Fenster in der Wand muss 0 sein und die Anzahl der leeren Öffnungen in der Wand muss 0 sein. Wenn alle drei Bedingungen wahr sind, dann ist der Wert der Eigenschaft wahr und in jedem anderen Fall falsch. Um zu überprüfen, wie die Eigenschaft funktioniert, können wir den Dialog durch klicken auf OK schließen. Dann eine Wand ohne Öffnungen auswählen und eine andere mit einer Tür, einem Fenster oder einer Öffnung darin auswählen und dann zum Eigenschaftenmanager zurückkehren. Wenn wir auf die Schaltfläche Auswerten klicken, wird der Wert der Eigenschaft für die ausgewählten Elemente ausgewertet. Richtig ist der Eigenschaftswert wahr für die erste Wand und falsch für die zweite. Das fünfte und letzte Beispiel berechnet die Unterkante einer Decke relativ zum Meeresspiegel. Es gibt einen Parameter, der die Unterkante einer Decke zurückgibt, dessen Wert jedoch relativ zum Projektursprung berechnet wird. Durch einen geschickten Einsatz dieses und anderer Parameter können wir unser Ziel erreichen. Der Datentyp der Eigenschaft ist Länge und steht für Elemente zur Verfügung, die als Decken klassifiziert sind. Zur Berechnung des gewünschten Werts müssen wir lediglich die Eigenschaft Höhenwert Unterkante nehmen und die Differenz zwischen den Eigenschaften Höhe zu Meeresspiegel und Höhe zu Projektursprung hinzufügen. Die Differenz dieser beiden Werte ergibt den Betrag, um den der Meeresspiegel über oder unter dem Projektursprung liegt. Mit diesem einfachen Trick haben wir erreicht, was wir wollten. Wenn wir diese Eigenschaft in einer Auswertung generieren, werden wir sehen, dass sie einen korrekten Wert für Decken zurückgibt, unabhängig davon, wo sich die Referenzebene der Decke relativ zum Körper der Decke befindet. Sehen Sie sich auch bitte die anderen Clips in dieser Playlist an, um sich mit den Möglichkeiten dieser neuen Funktion von Archicad 22 vertraut zu machen.